So, da ist der Turm. Ich hoffe, es ist wieder ein stärkerer. Hier ist schon wieder was zum Einsammeln. Na, es sieht aber noch ein stärkerer aus. Den werden wir auch nicht umgerissen bekommen. Stufe 3, ja. Aber bevor wir das noch machen, fahren wir hier auch noch schnell hin. Was sind das für Geräusche? Nein, lieber Scholli. Lass mich raten, über hier kann man plättern. Hm, lecker. Wir schauen uns erstmal oben um. Ja, Wasser, Wasser sind wir voll, brauchen wir auch wieder nicht. Drei, ne, war Taschenlampe, ne, ja. Jetzt will ein Teil, wir schauen zuerst, ob wir hier Gegner haben. Sieht nicht so aus, dann sammeln wir jetzt erst schon mal gleich ein. War jetzt hier auch Schrott, ja. Hier ist Schrott. Ja, 10 Schrott ist jetzt nicht die Welt. Aber das ist wieder was Cooles. Sag mal, wie viele Teile finden wir denn hier? Vielleicht kann ich Max schon verbessern, dass ich mehr Munition mitnehmen kann. Oh ja, neu, cool. Was ist das? Ja. Machen wir mehr Schaden anscheinend. Das ist schon mal gut. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Am Schienen. Machen wir doch. Neu, was können wir jetzt hier machen? Bart. Aha. Ja. Was ist das? Fertigkeiten. Fertigkeiten. Anstund der Feind rückwärts stolpern lässt. Was ist das? Eine Exektion der Schroffflinte. Ne, das ist mir zu teuer. Aber hier brauchen wir was. Hm. Ja, dann kommt mir das mal zu 25 Schrott. Das ist nicht schlimm. Sehr gut. Das hat mir nichts Neues. Also wird mir wahrscheinlich angezeigt, wie ihr gesehen habt. Na gut, dann haben wir das hier jetzt auch erledigt. Da konnte ich ja noch nichts machen, aber wenigstens eine Schrott-Munition. Haben wir hier noch was? Ja, hier haben wir wieder Schrott. Kriegen wir gleich wieder dazu, was wir gerade verbraucht haben. 100% Suchbereich. Na gut, dann haben wir das auch gleich schon wieder hier erledigt. Und hier noch was Interessantes. Ich glaube, hier waren wir nämlich schon. Ja. Hier waren wir schon. Leiter hoch. Und tschüss. Ja, wenn wir schon hier unterwegs sind, denke ich mir... Boah. Das war jetzt nicht schlecht. Ja. Runter mit uns. Und ab dafür. Haben wir jetzt endlich markiert? Ne, noch immer nicht. Jetzt haben wir markiert. Jeder lasst uns wieder nicht skillen. Da bin ich echt langsam böse. Ah, der führt uns schon richtig hin. Ja, von hier aus sieht es gut aus. Ja. Ja, es ist cool, dass die Ausrüstung jetzt auch schon ein bisschen besser wird. Darf ich diesmal zu dir, mein Freund? Sieht gut aus. Ja. 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 Aber du bist noch im Hintergrund. Dormant, wartet, um wieder aufzunehmen. Nein. Das ist das, was ich bin. Vielleicht nicht. Vielleicht hast du ihn im Hintergrund. Dass du dich mit seiner Schwertigkeit verletzt hast. Enough. Sehr gut. Mal schauen, was du im Hintergrund hast. Komm raus. Ja. Mehr Schrott. Das benutzt ein Zeichen. Max. Ich weiß nicht, was das ist. Was ist das? Ja. Mehr Munition. Weniger Sprit verbrauchen. Ähm. Das können wir noch machen. Ja. Länge. Boot Modus. Nichts, was mir großartig was bringt. Was nehmen wir denn noch dazu? Was nehmen wir denn noch dazu? Boot Modus. Ja, der ist schon mächtig, ne? Hm. Wir lassen es mal so stehen. Ich hebe mal die zwei Punkte auf. Obwohl. Ja. Lass mal mehr Wasser finden. Kann ich ja auch noch machen. Ja. Ja. Dann lassen wir es jetzt mal so stehen. Rückwärts. Bin ich jetzt fertig? Oder muss ich alle meine Punkte verbrauchen? Ne, ne? Ne, ich muss jetzt echt mal alle meine Punkte verbrauchen. Ja. Ja. Hm. Mach das jetzt mal rein. Bestätigen. Und fertig. Ich weiß jetzt nicht, was ich da... Das sind diese Stufen, was ich gerade erhöht habe. Na dann. Schauen wir mal weiter. Ich weiß jetzt nicht, was mir das gefällt. Ich schau jetzt nämlich noch mal. Max. Kann ich jetzt hier etwas verbessern? Dadurch? Ne, nicht wirklich, ne? Ah. Ab Stufe 5. Jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. Desto... Desto... Desto mehr wir, ähm... Hier investieren, oder in diese komische Stufe investieren, können wir hier auch verbessern. Also es bringt uns hier was nach vorne. Aber noch nicht so... Ich bin jetzt Stufe 4, ab Stufe 5 geht's hier anscheinend richtig los. Ja, gut zu wissen. Lebensenergie haben wir erhöht und alles. Bah. Sollte man euch den nächsten Kämpfe besser bestreiten können. Wir finden jetzt auch mehr Schrott. Das war mir nämlich auch ganz wichtig. Mal schauen wir mal, was uns jetzt der Weg weiterführt hier. Ja, am besten ist, wir fahren jetzt eh wieder zurück. Dorthin, wo wir hin sollen. Hier geht's ja weiter. Und das, was ich unterwegs... Warte mal. Hier haben wir ja auch noch so viele Sachen, ne? Das war's, wir machen das noch auf dem Weg gleich mit. Wir verbrauchen jetzt noch weniger Sprit, das ist nämlich auch gut. Das nächste Mal tanke ich erst wieder, wenn wir dann unterwegs sind. Oder halt, wenn wir dann wieder so einen Tank finden, wir öfter mal einen Kanister. So, und alles, was wir unterwegs sehen, oder... Ja, da war ja das. Todesfahrt. Todesfahrt ab, um die... zu verdienen, um neue Fahrzeuge in der Fahrzeugsammlung freizuschalten. Ich fühl mich noch zu klein dafür. Ich möchte zuerst noch ein bisschen was machen. Ich möchte das Auto noch ein bisschen ausbauen. Ist sicher auch zu hoch, ne? Stufe 3 benötigt. Können wir auch nicht machen. Da ist da, wo wir die einfach stehen lassen haben. Ich bin zu klein. Meine Händler sind Beacons am Abend. Ich weiß nicht, warum das hier hilft. Oh, hoi, hoi! Wir probieren uns, oder? Ja, komm. Wir sind cool. Wenn wir schon da sind. Oh, da ist noch ein Scharfschütze. Ah, haben auch weg. Noch eine ist hier nicht. So. Holen wir die Harpune raus, mein Freund. Moment. Wo ist der Öltank? Seh ich hier nicht. Ich weiß jetzt zwar nicht, was passiert, wenn der Alarm kommt. Okay, Alarmzeichen wurde gesetzt. Du jetzt kacke, ich weiß jetzt nicht, was passiert. Ah, da ist der Öltank. Jetzt müsste das Tor ja auch offen sein, ne? Ja, wenn ein paar Gegner kommen, ist das auch nicht schlimm. Da ist der Zweite. So, äußere Verteilung ausgeschalten. Tor. Einschränkung kaput, ne? Wahrscheinlich müssen wir es einfach auffahren. Probieren wir es einfach weiter. Jetzt haben wir es geschafft. Das Ganze nochmal. Boah. Alter. So, rein mit uns. Sag mal, guten Tag. Boah, ganz viele Ölkanister. Ähm, was wir nochmal anzünden? F. Oh, oh, du bist bescheuert. Hau ab! Tja, mach mal, wo würdest du die Böse auf euch aussehen? Tja, komm! Hau ab! Tja, komm! Hau ab! Tja, komm! Tja! Tja, komm! Tja, komm! 2 zum neuen Waffen von der und Freude ja und schießt aber was ist los wird mal sein das haben wir gut gelöst hat da noch einer was verloren hier man benzin tanken auf jeden fall ist gut ja hier wieder schrott schon mal wie viel schott wir jetzt bekommen fünf schrott auch nicht großartig mehr vier schrott ist jetzt nicht die erfüllung haben wir uns ein freund das heißt hier kommen wir auch nicht rein da haben wir alles ist die leiter das haben wir hier benötigt explosiv kein buch